Ja, hallo und bonjour aus Paris, der Stadt der Liebe. Ich habe heute Nachmittag einfach mal die Gelegenheit genutzt, um mich am Fuße des Eiffelturms mal für eine Stunde auf die Bank zu setzen. Ich habe so ein bisschen die Leute beobachtet und mir Gedanken über die weitere Reise gemacht. Heute Nachmittag werde ich nochmal versuchen, einen Friseur aufzusuchen, weil ich glaube, ich habe es ein bisschen nötig. Und dann werde ich mir ein leckeres Baguette kaufen, was sonst hier in Paris. Ich wollte einfach mal die Gelegenheit nutzen und einen kurzen Gruß nach Hause schicken und einen ganz besonders dicken Kuss für Liam, meinen kleinen Sohn. Ich habe dich ganz doll lieb und vermisse dich. Bis bald, grüß mir die anderen. Tschüss!